Das Schöne am Cyberforum ist die Verbindung der jungen und der alten Unternehmen, die Verbindung von Kraft und Erfahrung, die Verbindung von Ideen und Strukturen. Und als Business Angel finde ich es sehr interessant, hier junge Unternehmen kennenzulernen, an denen wir uns beteiligen können und die wir beraten können. Für die jungen Unternehmen ist es vielleicht auch manchmal ganz interessant zu sehen, wie das so läuft.